Noch nicht genug? Ja, dann sei dabei und erlebe Hörspiele auf eine neue, spannende Art und Weise. Live auf der Bühne! Lass dich verzaubern, wenn Linda Weidmann dich auf eine faszinierende Reise mitnimmt. Sowohl Blinde als auch Sehende werden hier ihren Spaß haben. Erfahre mehr auf www.liracy.ch Grazie mille for watching Liracy! Please subscribe!